Ja, der Juni hat's in sich. Nach Hermann Schützenhöfer nimmt mit Tirols Landeshauptmann Günther Platter das nächste ÖVP-Urgestein seinen Hut. Und die Regierung hat das Antiteuerungspaket präsentiert. Unter anderem über diese Themen spreche ich jetzt mit KRONE-Chefredakteur Klaus Herrmann. Schön, dass Sie hier sind. Guten Morgen. Rund 28 Milliarden Euro bis 2026, um Bürgerinnen und Bürger zu entlasten. Wie sind denn diese Maßnahmen zu bewerten und hilft das wirklich allen? Naja, das ist wirklich eine große Menge Geld. Wir haben es ja heute auf der Titelseite darzustellen versucht, wobei ich nicht sicher bin, ob wir da genau erst 28 Milliarden haben. Wir haben alle miteinander keine Vorstellung, was für eine Riesensumme das eigentlich ist und wer es letzten Endes bezahlen wird. Es ist ein Paket, das schon bei vielen ankommen wird. Es hagelt klarerweise naturgemäß auch von der ersten Minute an viel Kritik. Aber es ist schon ein maßgebliches Paket. Wir kommentieren das ja auch heute. Unter anderem Dr. Georg Weiland, unser Wirtschaftsressortleiter, findet, das ist kein Konfetti-Geldregen, aber künftige Fairness den Steuerzahlern gegenüber. Also er findet es gut. Und Klaus Bandi, auch durchaus positiv mit dem nun präsentierten Maßnahmenpaket, gibt die ÖVP seriöse Antworten auf schwierige Fragen. Das ist fast schon eine kleine Zeitenwende. Wir werden sehen, ob es wirklich der Beginn einer Zeitenwende ist, ob da jetzt wirklich die Politik sich in Österreich ändert. Da haben natürlich viele schon Zweifel. Sie haben es eh schon angesprochen, Kritik unter anderem, dass das jetzt erst wieder das Geld der Steuerzahler ist, womit das finanziert wird. Aber es ist das größte Maßnahmenerleichterungspaket seit Jahren. Das ist so, oder? Also ein Paket mit einem derartigen Volumen hat es tatsächlich noch nicht gegeben. Aber ich denke auch, was Herbert Kickl gesagt hat, der natürlich immer alles kritisiert, sei eine Verhöhnung der leidenden Bevölkerung und eine Almosenverteilung, die maximal ein Jahr wirkt. Das ist schon eine sehr fundamentale Kritik, aber die kommt nicht ganz so hart formuliert aus vielen Richtungen. Dass das jetzt Einmalzahlungen Boni sind, die jetzt im Sommer und im Herbst ausbezahlt werden. Dass auch Spitzenverdiener viel bekommen und nicht nur die wenigverdiener. Auch das wird kritisiert. Und dass es nur in wenigen Punkten eine Dauerentlastung ist. Aber die Abschaffung der kalten Progression, dass die endlich ab 2023 nicht mehr wirksam wird, wo uns die Steuer dann Lohnzuwächse immer wegfrisst, das ist sicher ein ganz entscheidender Schritt. Und über das hat man wirklich viele Jahre, Jahrzehnte diskutiert und immer wieder es dann doch nicht vollzogen, weil die Politik halt dazu neigt, lieber dann Zuckerl zu verteilen. Jetzt gibt es mehr als nur ein Zuckerl. Es ist jetzt, glaube ich, eine Stange Zucker auf einmal. Und wir werden sehen, wie das in den nächsten Monaten und Jahren wirkt. Es ist zumindest ein erster und wahrscheinlich auch wichtiger Schritt. Aber kommt dieses Paket jetzt gerade rechtzeitig oder früh genug oder vielleicht sogar schon zu spät? Wie würden Sie das bewerten? Vielen kommt es zu spät. Es leiden wirklich viele Österreicherinnen und Österreicher beim normalen Lebensmitteleinkauf, beim Danken, bei allem, wofür man Geld ausgeben muss. Muss man jetzt sehr viel mehr Geld ausgeben. Und viele glauben es auch nicht so recht, dass jetzt die große Entlastung kommt. Da muss ich auch wieder schauen, in unserer aktuellen Frage des Tages haben nur ganz wenige, also wir haben gefragt, die Regierung zahlt jetzt Milliarden aus, hilft Ihnen das im täglichen Leben? Und da sagen 80 Prozent nein. Also das Grundvertrauen in die Regierung ist nicht da. Und das ist auch jetzt, gestern mit der Vorstellung dieses Paketes offenbar noch nicht da. Wenn das Geld dann ankommt und wirkt, dann ist die Frage, ob es wirklich wirkt und ob dann die Bevölkerung auch das anerkennt. Derzeit tut es noch nicht. Im Vorfeld wurde ja dieses Paket auch schon länger gefordert von unterschiedlichsten Seiten, Opposition, Wirtschaftskammer und Co. Musste die ÖVP jetzt wirklich was tun, um diesem Druck einfach entgegenzuwirken? War das auch eine Möglichkeit, wieso das jetzt gekommen ist? Das musste wohl kommen. Also der Druck war wirklich viel zu groß in den letzten Wochen. Da gab es dann auch noch so heftig, zu Recht heftig kritisierte Aussagen des Vizekanzlers, der von einer Teuerungshysterie gesprochen hat. Das ist keine Hysterie, dass diese Teuerung, die ist wirklich angekommen bei den Menschen. Das ist das eine. Dann hat in der Vorwoche der grüne Sozialminister Rauch angekündigt, dass es eine Entlastung im Herbst geben wird. Danach wurde der Druck erst so richtig groß, weil das geht sich nicht mehr aus. Und wird dieses Entlastungspaket der ÖVP, weil es gab jetzt im Vorfeld einige politische Turbulenzen, wird das der ÖVP jetzt helfen, die Partei in ruhigere Fahrwasser zu führen? Naja, das ist eben angesichts unseres Umfrageergebnisses und auch was man so draußen hört von den Menschen, das ist schon fraglich, ob das noch hilft. Ich glaube, da ist auch die ÖVP selbst nicht ganz sicher, ob solche Entlastungspakete tatsächlich so bei den Menschen ankommen, dass sie anerkennen, dass diese Regierung oder dass die ÖVP was für sie getan hat. Das ist ganz schwierig. Das versucht jetzt der Bundeskanzler, sich hinzustellen und zu kommunizieren, dass er das jetzt durchgesetzt hat, gemeinsam mit dem Koalitionspartner. Aber ob es die breite Bevölkerung anerkennt und wirklich spürt, tatsächlich entlastet wird und dann daraus den Schluss zieht, die Regierung hat das für uns getan. Na, da schauen wir mal. Kommen wir zu einem anderen Thema. Tirols Landeshauptmann Günter Platter will sich nach 14 Jahren im Amt zurückziehen. Seit 2008 ist Platter Landeshauptmann von Tirol. Geht jetzt eine Ära zu Ende? Es geht jetzt endgültig die Ära der Landesväter zu Ende. Man hat den Herrn Platter eigentlich ohnehin nicht so unbedingt als Landesvater gesehen. Den Hermann Schützenhöfer in der Steiermark schon eher, auch nur zwei Jahre älter, aber der ist noch so der richtige, die Verkörperung so aus der Linie. Pröll, Häupl, Bühringer. Schützenhöferabgang angekündigt eben vor knapp zwei Wochen. Und jetzt auch Platter. Also da geht natürlich eine Ära der alten ÖVP-Granden endgültig jetzt zu Ende. Und jetzt geht es überhaupt Schlag auf Schlag in der ÖVP. Ziemlich viele Politiker, Landeshauptmänner, die sich da jetzt in kürzester Zeit von uns verabschieden. Sie bleiben jetzt zwar vielleicht noch einige Wochen oder Monate im Amt, aber was bedeutet das für die ÖVP ganz allgemein? Naja, im Hintergrund muss man sicher auch sehen, dass, also Hermann Schützenhöfer hat nie angekündigt, dass er bei den nächsten Wahlen, die sind glaube ich erst in zweieinhalb Jahren in der Steiermark, noch einmal antreten würde, weil dann wäre er 72. Das war ohnehin nicht zu erwarten, dass er zurücktritt, damit war zu rechnen. Bei Platter schaut es schon anders aus, weil er mehrfach klar angekündigt hat, er wird bei den nächsten Wahlen, die planmäßig zu Beginn des nächsten Jahres gewesen wären oder wären, noch einmal antreten und jetzt doch nicht. Also da steckt sicher auch dahinter das Wahlergebnis, die man in der Ära Kurz in den Bundesländern für die ÖVP erreicht hat. Ein sensationelles Wahlergebnis, sowohl in Tirol als auch in der Steiermark, die sind in weiter, weiter Ferne nicht mehr zu erreichen. Lieber jetzt abtreten, bevor man sich diese Schlappe noch antut. Sie haben es jetzt eh gesagt, wenn man jetzt vergleicht mit dem steirischen Schützenhöfer-Nachfolger Christopher Drexler, der hat jetzt noch zwei Jahre Zeit bis zur nächsten Landtagswahl. Platters Nachfolger Mattle hingegen muss wahrscheinlich bereits im Herbst eine Landtagswahl schlagen, wenn es dafür eine Zweidrittelmehrheit im Landtag dann gibt. Das klingt ja dann schon nach einem schwierigen Kaltstart auch für Mattle, oder? Kaltstart ist gut gesagt, ja. Vor allem für Mattle ist es ja so, Drexler in der Steiermark wird ja Anfang Juli im Landtag zum neuen Landeshauptmann gewählt, hat also noch viele Monate in seiner Rolle als Landeshauptmann. Da sammelt man in aller Regel Punkte. Mattle ist bis dahin nur Landesrat und Spitzenkandidat und da wird das schon ganz schön schwer haben. Und was wird sich jetzt für die Tiroler ÖVP ändern, wenn Mattle dann in dieser Spitzenposition ist? Ja, Platter war offenbar wirklich am Ende. Auch in der ÖVP in Tirol geht es drunter und drüber. Es gab einige selbsternannte Kronprinzen, die es nun doch nicht wurden. Viel Streit hinter den Kulissen, teilweise auch vor den Kulissen. Das ist sicher nicht vorbei und insofern wird es Mattle nicht leicht haben. Manche schätzen ihn ein, dass er nur ein Übergangskandidat ist. Er selbst dementiert es, na, was wird er sonst tun? Er möchte länger regieren, ist aber auch schon 59 und andere Scharen in den Startlöchern. Also viel Unruhe. Das schwarze Land Tirol, da müssen die Schwarzen aufpassen, dass sie ihre Spitzenrolle verteidigen können. Ja, und sowohl Schützenhöfer als auch Platter haben als Grund für den Rückzug die Corona-Pandemie genannt. Beide haben da von Anfeindungen, Beleidigungen gegen sich und gegen ihr Umfeld gesprochen. Ist natürlich verständlich, dass das niemand möchte. Aber ist jetzt wirklich wieder dieses spaltende Thema Corona schuld an allem? Corona dient es da manchmal auch als Vorwand, würde ich sagen. Also natürlich gibt es harte Kritik an der Politik. Es gibt auch an den Medien immer wieder harte Kritik. Politiker sind es aber schon gewohnt, etwas auszuhalten. Ich glaube, sie halten besser die Kritik in Sachen Corona aus, als die Erwartung, dass sie die nächsten Wahlen verlieren könnten. Sie haben es jetzt eh schon angesprochen als Vorwand. Aber hat sich der Umgangston der Gesellschaft gegenüber der Politik jetzt auch durch Corona verschlechtert? Es hat sich insgesamt, ich würde es als Trump-Effekt bezeichnen, es hat sich eigentlich schon vor Corona, auch durch Trump, durch diese Rhetorik, wie sie in den USA gepflegt, gepflegt ist gar kein guter Ausdruck, in dem eingerissen ist, hat sich auch die politische Rhetorik in Österreich und in der ganzen Welt, glaube ich, geändert. Zum rüderen Ton, aber natürlich auch durch die sozialen Medien, wo man wirklich 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche alles rausschleimern kann, was man sich irgendwie denkt, ohne viel darüber nachzudenken. Es ist natürlich die Rhetorik sehr viel härter geworden, auch die Vorwürfe sehr viel härter. Trotzdem muss die Politik das einfach aushalten. Schauen wir nochmal zu Tirol. Da gab es ja ein holpriges Krisenmanagement zur Causa Ischgl. Gerade bei den Anfängen von der Corona-Pandemie war das einer der Tiefpunkte in Tirol, wenn ich das jetzt mal so überspitzt sagen darf. Bleibt dieses Thema bei den Leuten noch in Erinnerung? Wie sehen Sie das als Journalist? Wenn was in Erinnerung bleibt, dann bleibt, glaube ich, diese, wir haben alles richtig gemacht-Haltung, die der damalige Gesundheitslandesrat, der dann doch mit vielen Monaten Verzögerung gehen musste, geprägt hat in der ZIB 2, wo er alles verteidigt hat und mehrfach betont hat, er und die Politik in Tirol habe alles richtig gemacht. Nie kann es sein, dass die Politik alles richtig macht. Das ist auch gar nicht zu erwarten und nicht einmal zu verlangen von der Politik. Aber dieses Beharren, wir haben alles richtig gemacht, das ist wirklich fatal. Das bleibt von Tirol, das bleibt von Corona. Und es ist auch in der ÖVP grundsätzlich, glaube ich, ein Problem, auch bei anderen Parteien, dass man bei Vorwürfen immer zunächst einmal behauptet, wir haben alles richtig gemacht, bei uns passt alles. Das ist bei all diesen Vorwürfen, was die Korruption oder die mögliche Korruption bei der ÖVP betrifft, eigentlich dasselbe. Die Auszahlungen von Corona-Hilfsgeldern, die sorgen ja auch schon seit Wochen für politische Diskussionen von Geldflüssen in Richtung ÖVP-nahe Vereine und Organisationen ist da die Rede. Jetzt steht ja auch die Behauptung im Raum, dass Platter deswegen gegangen sein könnte. Halten Sie das für möglich? Ich glaube, es ist einfach eine Mischung aus allem. Es hat einfach wirklich gereicht und es ist wahrscheinlich für die Tiroler ÖVP wirklich gut, wenn da jetzt ein Neuanfang bevorsteht. Ob es ein Neuanfang ist mit Matle, das ist die Frage. Dafür bin ich zu weit weg aus Tirol, um das wirklich zu beurteilen. Das werden die Tiroler Wähler dann entscheiden im Herbst, wenn die Vorverlegung der Wahlen stattfindet. Aber es gibt eine Menge Vorwürfe, ob da Einzelne nun ausschlaggebend werden, ist aus der Ferne nicht so leicht zu beurteilen. Und ein Skandal in der ÖVP löst also den nächsten ab. Die ÖVP-Bilanzen, die stehen auch auf dem Prüfstand, Stichwort Wahlkampfkosten. Die Opposition spricht von einem Anfang vom Ende. Kann die ÖVP diese ganzen Baustellen, die anscheinend da übers ganze Land verteilt sind, irgendwie noch in den Griff bekommen? Ja, da sind wir wieder bei dem Spruch vom Gesundheitslandesrat, vom ehemaligen Gesundheitslandesrat. Wenn die ÖVP nicht sehr bald zu einem Befreiungsschlag kommt, und zwar nicht nur zu einem Befreiungsschlag wie jetzt mit dem Milliardenpaket, sondern auch was die innere Reinigung betrifft, dann wird sie es sehr, sehr schwer haben. In Umfragen stürzt sie ja ohnehin schon ab. Aber wenn man immer nur verteidigt und sagt, wir haben alles richtig gemacht, dann wird sie so schwer Tritt fassen können. Und die Frage ist da auch, wie lange werden da die Grünen jetzt auf Bundesparteiebene noch mitspielen? Oder wie schaut es aus bei den Grünen in Tirol? Da schaut es ja dann nicht mehr so gut aus, nehme ich an. Grundsätzlich werden die Grünen aus Eigennutz, darüber sind sich die meisten einig, mitspielen müssen, weil ihnen gar nichts anderes übrig bleibt. Weil wenn sie die Bundesregierung platzen lassen, dann würden sie bei Neuwahlen bestimmt nicht das Ergebnis vom letzten Mal erreichen. Und eine türkis- oder schwarz-grüne Regierung würde sich auf keinen Fall aus heutiger Sicht ausgehen. Vielleicht ginge sich eine Ampel aus, wo die Grünen dabei sind, aber realistischer ist dirkis oder schwarz mit rot. Und dann sind die Grünen draußen. Also werden sie sich sehr, sehr gut überlegen, ob sie diese Regierung platzen lassen. In Tirol sitzen sie auch mit der ÖVP in einer Regierung, betonen der neue Spitzenkandidat, betont, wie gut diese Koalition ist. Also da kann schon sein, dass sich das ausgeht, aber auch das ist eher zweifelhaft, ob die beiden miteinander überhaupt noch eine Mehrheit bekommen. Und wenn wir jetzt noch einmal zurückgehen zu diesen zwei Landeshauptmännern, die den Hut nehmen, da hat man ja dann schon fast das Gefühl, wer geht als nächstes? Muss man sich da jetzt noch auf andere Rücktritte einstellen? Wenn man nach Vorarlberg schaut, wird die Luft ja anscheinend auch dünner. Kommt jetzt eine Rücktrittswelle auf uns zu? Ja, eigentlich könnte man sagen, die Welle schwappt schon. Der Salzburger Landeshauptmann Haslauer ist altersmäßig auch schon fortgeschritten und auch schon länger im Amt. Da gibt es immer wieder Gerüchte, zuletzt betont, er wird bei den nächsten Wahlen, die auch im nächsten Jahr sein werden, doch antreten. Aber das haben wir schon bei Platter erlebt, dass diese Bestätigung, man werde antreten, dann nicht unbedingt halten muss. Aber wie Sie richtig angesprochen haben, der Vorarlberger Landeshauptmann, der wäre, wie viele meinen, längst schon fällig, weil der hat wirklich Probleme. Also dünne Luft auf jeden Fall in Vorarlberg. Kommen wir noch zu einem anderen Thema, nämlich kandidiert Marco Bogo für das Bundespräsidentenamt mit seiner Bierpartei Juxkandidat oder ernstzunehmender Mitbewerber. Ich habe selbst einmal ein Interview mit ihm gemacht nach den Gemeinderatswahlen in Wien, wo er ja relativ erfolgreich war und ich kannte ihn vorher nicht. Er ist kein lupenreiner Juxkandidat, sondern er hat schon was drauf. Er ist ja auch ausgebildeter Mediziner. Wenn er es schafft, diese 6.000 Unterschriften zu sammeln, was gar nicht leicht ist. Wenn er dann tatsächlich zu Fernsehdiskussionen eingeladen wird, wenn es eine Wahrnehmung von ihm als Kandidat gibt, kann er schon was erreichen. Aber was kann er erreichen, seinen Bekanntheitsgrad zu steigern? Er kann erreichen, dass sein tatsächlicher Name, der mir jetzt gar nicht präsent ist, dass der bekannter wird und dass er vielleicht bei der nächsten Nationalratswahl dann tatsächlich ins Parlament einzieht. Das wäre möglich, aber Präsident kann er natürlich nicht werden. Vielen Dank, Herr Herrmann, für das Gespräch.